hallo und ja ich muss jetzt noch mal das machen also scheiß ja aber herzlich willkommen erst mal das habe ich schon mal geschafft blablabla ich hoffe es gibt kein echo weil die musik gerade so laut ist aber geil und ich muss mal sie Wissenweise mal. War kein 8 Meter gemeint. Ich glaub's ja nicht. Okay, war auch keiner. Äh, ich bin grad mit meinem Headset in meinem Schulrolle da. Und diesmal hab ich den Gymnastik-Blend geschafft. Äh, blöd, dass ich beim letzten Mal nicht geschafft hab. So, und jetzt mach ich die 8 Meter. Obwohl ich glaub das ist so kurz, zu kurz. Ne, hat gereicht, cool. Ach, kann man nicht so... Oh, hat geklemmt, gut. Äh, der wechsel, kenn ich den nur. Oh, ich dachte ich kann den Stylisch machen. Ich probier den nochmal. Ich glaub ich hab mittlerweile genug Zeit. Boah, geil. Hammer. Boah. Boah, habt ihr den gesehen, Leute? Boah. Ah, ja, stimmt. Hier war... Na, ich... Da war zu kurz... äh, zu spät. Und ich glaub ich hab falsche Vorstellung drin. Oh, jetzt. Hier steht's sogar. Ja, komm, geschafft. Ja, wir holen Raids noch und dann hab ich's geschafft. Und das sollte jetzt wirklich kein Problem mehr sein. Aber im ersten Mal ist das immer nicht Problem. Dann kennt man noch nicht die Mission und dann muss man... Ah, dann leihen sich darum, so reinzulesen und so. Braucht man schon einige Zeit. So. Geschafft, würde ich sagen. Ja. Klar. Und als nächste Aktivität, als letzte Aktivität folgt natürlich wieder eine von diesen... Trickliste... Shit. Nein, ist kein Shit. Macht eigentlich Bock, aber ist nicht so leicht. Also beim ersten Versuch nicht leicht, aber dann meistens geht's. Außer dieses Blöde mit dem Dach, wo man dann den Handplate machen muss, ne? Ich probier erstmal einfach alles hier. Oli über den Block. Nein. Okay. Ach, Oli über den Block. Okay. Wie soll man das denn schaffen? Tschuuu. Mal gucken, ob das hier mit dem Männl-Schummel-Trick funktioniert. Mal gucken, ob das hier mit dem Männl-Schummel-Trick funktioniert. Wie soll man das denn schaffen? Was? Ne, leider nicht. Oh, nee. Geschafft. Wande die Barriere. Okay. Okay. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ah, ich weiß, der Kicker steht ja da. Ah, ja, das wird schon knapp mit der Zeit jetzt. Mann, warum springt der denn auch links runter? Boah, immer links, ne? Boah, tschuf. Ich muss neu machen. Schaffe ich doch schon alles nicht mehr. Nein. Ich weiß nicht mehr. 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 Ja, komm. Es ist leider dieses Bein habe ich auch geschafft. Nein. Das war's für heute. So. Jetzt wusste ich auch was damit gemeint ist. Okay. Und soll ich nämlich zu sexy drüber machen. Hier. Oh nein. Oh nein. Immer diesen Mist. So, so, so. Ich nehm Schwung. Ich stell mich hier hin. Und dann muss ich es einfach packen. Ja. Hat irgendwie gezählt, ja. 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 Ich soll runter gappen. Okay, das schaffe ich mit so viel Schwung nicht. Muss ein bisschen Speed nehmen. Ja. So. Hä. Hä. Doch. Ey, ich check das nicht. Ich mach erstmal was anderes. Trick über den Pfosten. Okay, von hier oben. Doch. Man schafft das sogar. Geil. Okay. 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 Das wird jetzt ein bisschen... Ja, da war ich schon ein bisschen Speed. Ah, ich soll Manny die Treppe runter machen. Ich verstehe das nicht so ganz. Entweder Manny die Treppe runter oder... Gäppe seitlich Treppe noch. Nach unten. Achso, die seitliche Gäppe sind... Ah, okay. Ah, fast. Nein. Oh, ich muss das schaffen. Ey, bitte. Nimm mal zu spät. Nein. Ich will das nicht nochmal machen. An... einem letzten... Ding. Hey, nein, Mann! Ey, bin ich so schlecht, dass ich da nicht runter komme oder wat? Ja, bin ich Ey, jetzt Da krieg ich doch schon wieder nicht auf das Video mit drauf Das Ende Ist doch scheiße Ey, was Kann ich nicht richtig runterspringen oder was Geht ab Nehmen Jetzt geschafft Okay Boah, jetzt muss ich mich immer beeilen Boah Boah, was macht ihr denn da? Was ist das für ein Clown, ey Boah Beim ersten Mal hat alles so super funktioniert, ne? Jetzt funktioniert nichts mehr So, Hauptsache ich hab's Oh, ein bisschen beeilen Was macht ihr denn da? Boah Boah, das regt mich jetzt ein bisschen auf Und auch das hab ich beim letzten Mal so super genommen Ja, okay Ja, okay Geht doch Oh, ja, okay Oh, ja, okay ich bin jetzt aber schon verdammt unter druck und habe keinen bock mehr in den netz in den part reinzukriegen also man sieht sie im nächsten teil bis dann leute haut rein